jetzt technik parkour warum so dass wieso sagt man technik parkour nichts gutes zu zeigen und fallen schneller um deinen adrenalin level zu halten muss tricks zeigen sie haben leuchten das sieht doch geil aus sieht aus wie trauen habt ihr nie trauen gesehen ihr voll ihr habt jetzt von zwei gesehen habt ihr habt jetzt von eins gesehen oder ich habe auch ich sage ich habe überhaupt kein teil davon gesehen solltest du aber das kultur gut ich würde mir den zweiten teil auf jeden fall nur angucken weil der bickle bauke mit spiel das ist geil das bauke ich habe schon mal wieder mit drei die mehr gibt mir ein peter du kannst du mal was besser machen 100 meter mit gestor des sandkönig wir brauchen 11 medaillen kaktus herausforderung kaktus das heißt wir sind bestimmte der wüste wer sagt das auch noch fast was jemals erfahren werden also jemals genug medaillen bekommen um es jemals schon wir sind ja von gestern wir informieren uns einfach mal wie bei euch hier insistieren das packen wir schon bisschen gold und silber da kann man bestimmt dings machen darfst du nicht auf die flosse fliegen würde ich sagen wahrscheinlich das sieht geil aus das war nur ein halbe jetzt das war man nicht so gut weg ist es silber das war noch mal und dann haben wir es dann macht die kälte auch noch mal da hat jeder mal hat jeder mal 200 meter hätte ich für gold geschehen net so 200 meter wenn so noch 70 meter gewesen pick man ich bin fast nur dann mach du dann mach du mal gold versuchst du es mal ich hole es versuch ich hole es einfach jetzt gold ja das wissen wir schon wie das funktioniert bei dir kennen wir das soll das heißen klein können sei still schenobel kann echt was wer das jetzt sehen klar sie sind nämlich alle gerade wieder auf die flasse fliegen da 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 das ding ist mit dem arsch weg explodiert ich muss ja erst mal und nicht hier zurechtfinden jetzt geht ja ja ich los ich habe jetzt in dreh raus muss nämlich hier genaue crashen, genau da. Aua, schnaubel. Geht los, weiter, 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 weiter. Was hast du da jetzt für ein Crash? Ach Leute. Weil du versucht hast, den Dings zu machen, bin ich voll auf den Sitz geklappt. Aber wir haben einen neuen Rekord. Ja, den neuen persönlichen. Aber wir brauchen einfach nur 200 Meter. Die kriegen wir doch wohl. Und da diesen gelben Level müssen wir oben halten. Der Level muss... Dein Level, ne dein Level. Der Level muss immer oben bleiben. Vater. Das Niveau. Wenn du kotzen musst und komm bei der Rode stellst du mit raus. Scheiß die Öl, die Kacke. Das war dein Level. Heinz Becker. Das müssen wir aber eigentlich hinkriegen. Wir müssen ja irgendwo die Medaille hinkriegen. Ich würde sagen, hier ist es... Das ist einfachste, ne? Schon für dich. Schon irgendwie. Das war ein Wheelie. Scheiße. Wheelie. Dr. Wiley. Kennt der noch jemand? Aus Mega Man? Was ich kurz sagen, das kommt mir bekannt doch. Das, 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 das. Nein, mach das nicht. Warum tust du das? Warum tust du das so was? Weil ich cool sein will. Lass es. Du verlierst. Du verlierst. Der Finger wechselt, die Farbe. Mhm. Ja. Jetzt kommt es los. Jetzt bleib mal schon ruhig auf deinen... Auf deinen vier Buchstaben. Ja. Das war... Warte, 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 warte. Nein! Warte, springt der in der Luft. Sobald das Energielevel unten angekommen ist, dann springt der in der Luft. Du musst Stunts machen, um das Energielevel hochzuhalten. Und schnell fahren. So, wer will danach nochmal jetzt? Caden. Was? Wo ich noch nicht mal einen Punkt hingekriegt hab, bei dem anderen Level. Du hast 200 Punkte hingekriegt. Wow. Und das war reines Glück, weil ich mich keine Ahnung hab, was ich da mache. Hier Caden. Mach nix. Solange du gerade ausfährst, wenn du merkst, dass es viel Platz ist, dann überweg dich mal dahin. Das ist doch schon mal gut. Da. Super. Ah, scheiße. Ich hab's nicht so damit. Das war's bei mir schon. Okay. Nein. Der nächste. Du kannst doch noch mal. Mach. Pieck. Alles nur das nicht. Lass mich lieber bei Schluchten springen oder sowas. Ist doch Schluchten. Ist doch Schluchten. da. Ah. Ne, ne, jawohl. Schön Looping. Hat doch schon gesehen, dass das nach hinten losgeht. Tee, ne, nee, nee. Der Pik hat nen Hut auch, lalalala. Und du drückst 17 raus, so nen Pik. Das Energielevel ging nicht so weit runter. Der Pik hat schon den Silber geholt, muss man doch den Gold auch noch dran sein, oder? Lass dich mal nicht so lumpen. Ne, ich hab mehr geholt. Ich hab den neuen Person den Rekord, halte ich hier. Meinst du? Ich weiß es, ich war dabei. Bist du dafür beweise? Pik, man! Ja, müssen alle ruhig sein. Scheiß, wie kacke! Mein persönlicher Rekord. Neun Stückchen weiter ist der Schnabel. Fehlt immer noch 15 Meter. 200 Meter! Oh! Lalalala! Den Hammer! Käse! Ja! Ja, ne? Ich bin ein Teil hier rum oder jetzt noch ein Land hier. Gibt's doch gar nicht. Zeige Tricks und fahre schnell um dein Adrenalin-Level-O zu erhalten. Ach, ich weiß wie drum's geht. So. Das war mir vorher nicht bewusst. Ne. Nö. Hätte ich das vorher gewusst hätte. Hätte ich das besser gemacht, ne? Hätte ich das besser gemacht, ne? Ja. Nein! Äh, man sieht schon, wenn's scheiß ist. Aber es sieht immer noch geil aus, find ich. Inwiefern meinst du das jetzt? Jetzt vor Aussehen her. Ja, also ich find nur, es sieht nicht nach HD aus. Nein, das ist natürlich, sieh ich nicht. Kein wichtiges PS4. Äh. Nein! Es ist aber das erste Spiel in HD. Also die Wahlzeit ist ja schon gut, aber... Nein. So richtig vom Hocker räumst du nicht das? Nein. Von der Grafik her jetzt. Das Spielprinzip ist echt cool. Ist ja auch nicht richtig für PS4 entwickelt worden. Ne? Ne. Das gibt's ja für alles Mögliche. Ja, das schon, aber... Ja, das ist ein bisschen oft gewährter als die PS3-Version, aber... Ops. Ich mein jetzt, aber farblich sieht das cool aus, wie das Level mal. Ja. Das ist schon eine schöne Fahrrad, muss es mal. Und auch so sieht es ja schlecht aus, das Spiel. Manchmal bauen sie, beziehungsweise Huckle oder so, aber die kann man drüber wegsehen. Karpi spielte Hamsterball. Nebnisholz? Stimmt, Hamsterball. Nein, bitte. Hamsterball. Hamsterball. Nichts geht über Hamsterball. Zeige Tricks und fahre schnell. Stell mal vor, die würden den Hamster auf dem Motorrad setzen, das wär's doch. Das wär geil, oder? Ja. Oh, kick, kick, kick. Du springst nicht. Das gibt's doch gar 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 nicht. einmal über den anfang ist automatisch auf kreis zu drucken dass man gleich neu empfängt oder ich wollte ich habe den falschen ticket gezogen es gibt nur ein stick denn es gibt zwei sticks recht das kann ich bezeugen ich habe sie genau ich meine einstig für stanz hatte ich nun ja eben ich habe den anderen fürs gleichgewicht ja das war supermann sich gleich empfohlen kein adrenalin spiegel ab wenn er so über dem boden schleift das mit anderen körperteilen schon abhanden gekommen jetzt alle jetzt der piek schafft sitzt das war wieder der falsche st aber ich drücke mal panik beide sticks das problem ist das problem ist ich habe schon auf neustart drückt dann ist das gut der energie level ich habe extra mit wiley gemacht das ist also die definition von arsch aufweisen big wiley zeige schnell und fahrertricks knapp sehr sehr knapp so jetzt auch man kommst musst du über den hoppel drüber jetzt vorsichtig das war zu vorsichtig jetzt packen was ich spür's ja aber so einfach ins erste sobald man da über das drüber sehen das zitat kommt aus welchem film und jahle von klebe hast du das immerhin ja ich spür's beim pissen übrigens einer der besten film aller zeiten mit charlie wo wesley wo er so nett noch nicht so zugekokst war meister wo wesley knifes noch keine steuern hinterzogen hat und charlie schien noch keine drogen genommen hat das betreiben das glaube ich schon das glaube ich schon das glaube ich schon dass der fünfte versuch jetzt hinhaut allmählich wird es ja mal zeit dass wir es hinkriegen also das muss sein da mehr als zehn versuche jetzt ist der fünfte versuch mal gucken ob das klappt wollen wir mal gucken jetzt kriegen das bestimmt hin oder meiner wir brauchen sechs anläufe das zwei habe ich noch ich mache extra der wiley ich habe extra der wiley gemacht passen wir noch adrenalin nein gib stopp nein und jetzt der fünfte versuch versuch 726 das ist jetzt der sechste versuch versuch 726 wir schreiben das jahr 2018 und endlich so jetzt um das sechste versuch das zehnte mal der 6 die anderen 120 versuche vorher nicht mit so wir haben die tausend erreicht wir fangen jetzt wieder mit null mit auf null zurückgesetzt es wäre natürlich ehrlich wenn ich das schaffe und ihr als dumm weg labert so der zweite versuch du hast dich genauso schlecht verhalten wie beim zweiten versuch guck mal was gleich im ersten marsch haben okay jetzt der achte versuch du musst doch irgendwie die goldmedaille kriegen ja ne so nett ich finde das ein bisschen mehr üben du musst es mindestens so 60 70 mal machen bevor das überhaupt hinkt so siebte versuch nach der null start ne 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 so konzentration dritter versuch wir haben die zelle auf null gesetzt vielleicht solltest du es dann eventuell wenn du es nicht schaffst auch nochmal einen piek probieren lassen einmal versuche ich es noch das ist einmal ja dritter versuch einmal noch weil er hat mich raus stand auf der stange einmal mache ich es noch jetzt zumal jetzt und zwar der versuch der letzte zweite versuch jetzt habe ich es ich spür es ich gehe mal gleich dann kannst du spüren er macht euch lustig aber jetzt werdet ihr das sehen gleich beim ersten mal dass ich gleich beim ersten mal schaffe wir würden uns niemals über dich lustig machen nein 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 big wiley wo bist denn da immer da schreiß wiley hier ach pass auf dein adrenalin geht zugrunde ich glaube ich glaube ich glaube du hast bis jetzt die weitesten meter geschafft hat der kreis hat der kreischt manchmal so ein bisschen wenn er in panik gerät der kreischt öfters mal vor freude aber weißt du die schreit vor freude du hast dir das eben aber nicht angehört mal gucken ob wir es jetzt noch am vierten versuch schaffen das sieht gut aus damit ist der dritte versuch jetzt na 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 der versuch da klappt es gleich reduziert sich ein bisschen muss doch mit beistykel eins spielen Bye 0 tryna zu vereicht tika pika Anna Wiley fem M denn Oh nein! Mir geht langsam die Stimme weg. Wo ist er denn hin? Ich schlafe und ist schon mal nach Hause gegangen. Schon mal schlafen gegangen. Wir hätten doch die eine dämliche Metall jetzt noch gekriegt. Das gäbe Donaut. So kurz davor. Dabei bin ich doch so gut jetzt da rübergekommen. Ja, aber du hattest keinen Gast gehabt. Okay. So, wir setzen jetzt mal wieder auf die Zelle. Das wechselt die Farbe. Wenn es oben ist, ist es grün. Wenn es kritisch wird, ist es gelb. Und wenn es kurz vor Exodus ist, ist es rot. Genau. Oder in Exodus. Siehst du, es ist grün. Wenn du bei der Hälfte bist, geht es auf gelb ungefähr. Da siehst du. Da hast du wieder überschlagende Argumente gesagt. Nur die fünfte Versorgung. Ich finde... Ja? Ich finde ganz schade, dass es eine Zeit im Deck oben wieviel Mal es probiert hat schon. Du kommst bei dir rein, ne? Ja, es ist natürlich gut über den Abgrund geschlimmelt. Ich glaube, das wäre schon echt... Peinlich? Ja. Ja. Ich glaube, das wäre alles am besten. Geht hier. Ja! Endlich! Ja! 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 Wir haben das Ratzfatzel. Haben wir hingekriegt. So! Damit haben wir die Welt auch erledigt. Jetzt fehlen uns nur noch ein paar Medaillen. Ja! Das kriegen wir auch noch hin. Ja! Dann haben wir jetzt alles geil. Beim nächsten Mal. Jungen, wenn es wieder heißt. Genau! Das machen wir beim nächsten Mal. Ihr hattet jetzt schon wieder Spaß. So wie wir. Try and... Fusion! Fail Fusion! Das PS4 ist einfach geil. Ist einfach geil. Macht einfach Spaß. Super geil! Super geil! Super geil! Super geil! Ich glaube, wir müssen mal Schluss machen, weil Schnabel ist so müde gerade. Müde, müde, müde ist meine Zeit. Augenüse! Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. So. Ja. Tschüss mit Us! Und Us mit Möss! Tschüss! Und Us mit Flips! Tschüss!